so da bin ich ja nicht mal wieder mit evoland und zwar muss ich hier hinten nämlich durch die stadt durch hätte man auch drauf kommen musste man aber nicht auf jeden fall sind wir auf dem weg zu den ruinen von sarok saroknark oder so was die so in dem nordosten sein um das zweite teil des amuletts zu finden da wollen wir noch mal gucken wo die pilze hier bin schon fast tot wieder sachen gibt es 48 macht ja inzwischen mehr schaden als mein kling naja fast gut voll nicht mehr voll so final bliss da ist ja schon eine brücke ach ja diese zufallsbegegnung hier immer nach zwei schritten aber was soll es wir müssen ja ein paar erfahrungspunkte kriegen oder etwa nie doch egal ich weiß gar nicht was hier ein maximum hat 85 scheinbar aber zum glück haben wir unendlich viele magiepunkte so ruinen das sieht wie eine ruine aus das sieht aus wie die pflanzen die feuerschwungen die jetzt einen joshi haben ich könnte mir die einfach aufessen ich heim mich erstmal weil es mir gleich noch da in den wunen passiert war schon vor 13 leben und leben sah sah rothnark sah rothnark egal hier bin ich auf jeden fall sieht auch nicht aus wie eine ruine charakterauswahl wozu ich bleibe bei klink was ist das denn etwas so gut was finden wir hier sogar sachen besser denn kann ich da nicht reingucken Spinnen sind ja schon mal scheiße, wenn ich das mal so, mein Gott, sagen darf. Oh mein Gott, wie viel kommen denn davon? Was ist das? Ich würde das trinken. Oh Mann. Kaputt machen. Auf. Kettenkongos einfach. Aha. Ah, cool. Einfach meschen. Oh, kacke. Übertreiben war ich jetzt ein bisschen. Oh mein Gott. Halskette des Adlers im Moment mal. Oh, das ist ne... Der ist neu. Aha. Wann habe ich das denn? Sieht ja richtig gut aus. Was ist denn da von Ringen? Feuerresistenz? Ausweich Chance. Okay. Dann, äh... Okay. Karte habe ich immer noch nicht. Oh, fuck. Gut, dass die mich nicht getroffen haben. Das hat sich ja gelohnt. Ach nee, Moment. Stimmt ja gar nicht. Ah, verdammt. Jetzt habe ich da so doofe Geräusche die ganze Zeit. Lebensbalken. Äh. Wo ist mein... Ach, da unten. Mein Diablo-Lebensbalken. Ich habe einen Diablo-Lebensbalken. Und kein nerviges Geräusch mehr. Na gut. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Die Dinger da kann ich nicht... Was ist das denn? Kann ich da irgendwas mitmachen? Ich habe jetzt auch keine Bomben mehr oder wat? Na gut. Dann suchen wir mal der zweite Teil vom Amulett. So bleibt ja nicht viel anderes über. Oh, oh, fuck. Nein. Oh, Katze, Alter. Handgelenkschutz. Meuchelschaden. Oh, der hört sich gut an. Aha. Umgebungslicht. Warum halten die denn plötzlich so viel aus? Warum lassen die keine Lebenspunkte fallen? Vor allem, warum sind das so viele? Warum kann ich das nicht kaputt machen? Haha. Ah. Ah, Katze. Wie viele Lebenspunkte habe ich denn jetzt noch? Einen? Oder wie sieht das aus? Warum kann ich mich denn hier nicht heilen? Ach, du Kacke. Nein, nicht gut. Das war gar nicht gut. Ich glaube, ich muss... Ah, naja, cool. Er hat hier gespeichert, alles klar. Gott sei Dank. Na gut, aber jetzt... Ah, ich habe wieder jetzt ein volles Leben. Sobald. Und die ganzen Klamotten noch wieder eingesammelt. Also schon. Ja... Ich gehe einfach direkt nach oben. Bringt ja nichts hier. Die blöden... Dachsviecher noch. Boah. Ha. Gut, dass da ein Baum im Weg war. Mein Gott. Okay. Jetzt kommen die blöden Fliegeviecher. Wespen. Was auch immer. Meine Klamotten noch? Sehr schön. Äh... Da unten erstmal. Bin hier gerade gestorben. Also kann ich ja nur sicher sein. Muss ich jetzt erst noch die Ruinen finden, wie das aussieht. Nervig. Ich habe da wirklich viel, ich kriege gar keinen Schaden. Vielleicht bin ich ja immun bei Angriffen. Also wenn ich selber angreife. So. Jetzt habe ich Schaden gekriegt. Wurde ja auch Zeit. Okay. Jetzt erst noch mal hier oben gucken. Ich will ja nichts übersehen. Aha. Funken sprühen. Na, ich weiß ja nicht. Ganz schön groß das Areal hier. Natürlich trifft der genau. Oh mein Gott. Ah, bin ja fast wieder voll. An. Eine Garte. Ja. Das wird ja auch Zeit. Oh mein Gott. Wo kommt ihr denn her? Gürtel der Legende? Was? Racker-Geschwindigkeit? Was ist denn Racker-Geschwindigkeit? Habe ich irgendwas verpasst? Yeah. Steinbrecher. Steinbrecher? Steinbrecher. Wow, 300% mehr Schaden als Steinen und Mauern. Das ist ja sehr gut. Eventuell auch komplett unnütz. Steinbrecher. Steinbrecher. Okay, dann muss ich noch unten rechts mal hier gucken. Kann ich jetzt hier auch irgendwie? Na ja, ich kriege nur die Mini-Karte. Okay. Dass man hier gar nicht rennen kann. Okay. Haben wir da noch irgendwas übersehen. Sieht fast danach aus. Äh, ja. Wir wollen doch mal gucken. Oh, oh. Kann ich nicht kaputt machen. Ich würde einfach nur alle sterben. Auch wenn ihr 200 Stück seid. Was? Geister-Taifun? Aha. Ah, hier. Rackers Arme, ne? 12 Monate Abklingzeit. Hahaha. Okay. Boah, wie viel? 100 Gliss hat so eine Fliege im Haus gegeben. Wollen die mit dem ganzen Geld? Ringen des Glücks. Äh. Oh. Den ich tatsächlich gebrauchen kann. Klasse. Wir sind also nicht bei Diablo. Aber was ist das denn da? Ist das da auf der Mini-Karte der Boss? Doppel-Zwillings-Garte. So, ich bin gerade ein bisschen verwirrt wegen dem Boss-Symbol da. Äh, ich glaube da links war ich schon, oder? 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 Ich weiß es gar nicht. Verdammt, ich gehe nochmal in den Gucken. Ach, ist eigentlich auch egal. Wenn ich hier eine Karte oder einen Stern mal übersehe, ist das ja nicht Weltuntergang oder so. Ah, ich glaube hier war ich noch nicht. So wie es aussieht. Auf mich zu hauen. Essen oder auch immer. Super, das hat sich ja gelohnt. So. Ab da oben. Mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Die Musik kommt mir aber irgendwie nicht bekannt vor. Egal. La la la. Na. Auf mich. Vielen Dank.